In einem Unbekannten Ich muss ganz streng pissen Ich muss nach uns bringen Das war eine Ich muss ja Und das Alarm Okay, das reicht! Oh, Alter Glaubst du grad deinen Pinsel gegen die Wand? Ja, moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen Zurück zur Söze-Aufnahme Vom Freitagabend hier Und ihr habt's in den letzten Tagen vermutlich schon mitbekommen Der gute Seth ist diese Woche Mit dabei und ersetzt die liebe Gru Die im Urlaub ist, Grüße gehen raus Nächste Woche bin ich im Urlaub Das bedeutet auch meine Folge wird Replaziert von Behabebart Der wird am Start sein, da könnt ihr euch schon drauf freuen Ansonsten Habt ihr's ja auch schon mitbekommen, wir haben Zwei neue Features integriert In dieses ganze Söze-Ding Denn wir wollen mit euch natürlich ein bisschen mehr interagaten Und deswegen Haben wir einen schönen Kommentar Hier von Antonia Mohr Die hat nämlich geschrieben, Kalle hat Sterzig und Hanno Ins Jenseits geschickt Das finde ich gut Das hat mich einfach wirklich Das hat mich zum Wochenende einfach motiviert Und Ihr könnt uns gerne auch mal was in die Kommentare schreiben Dass wir vielleicht mal mit anderen Leuten Geheime Pläne schmieden sollen Dass ich vielleicht mit Sterzig nächste Woche Nur auf Hanno gehe oder sowas Schreibt das gerne mal in die Comments Und auf Twitter Nutzt gerne den Hashtag Sülze Ja also Sülze Gestern kamen bei Papo ganz wilde Vorschläge Hier aus unserer Gruppe Ihr solltet irgendwelche komischen Edits mit Katzen machen Macht es nicht Macht Edits wie Hanno irgendwie rumschreit Oder wie Papo rumweint Irgendwie sowas Ey könnt ihr ganz viele Bilder editieren Wo Kalle ne Katze streichelt Kalle warum mit Katzen? Ja Wollen wir starten? Maunzi Gerne Ne wir sollten das jetzt erst klären Genau Hanno ist Killer Denn wir sollten das jetzt erst klären Das war richtig sachlich Ne wir sollten das jetzt erst mal kurz besprechen Aber hat er ja auch recht Ja klar So Meine Winrate Ihr habt es vielleicht mitbekommen Ist enorm hoch diese Woche Du kämpst ja auf die ganze Zeit Sülze Äh ist äh Ja keine Ahnung was ich sagen wollte Scheiß Camper Du bist ja gar nicht Killer Du kämpst auch die ganze Zeit Aber was so einmal Killer? Nee Stimmt Ich mein ja auch als Survivor Ey wie kann man da campen Digga Bist du Lost in Space oder was? Digga Leute ich sag's nicht Kalle richtig engagiert bei der Gegenaussage Engagiert A N G So 5 Jahre Dead by Daylight Echt? Ja Wird bei mir immer im Ladebildschirm hier angezeigt Herz dich Digga Ich werd Kalle nicht einmal retten Das war's Wer ist Kalle? Ich tunnel heute auf Hanno Hast du ja nicht gemacht So ich tunnel erstmal Scheiß Camper Wirklich Die Map hatten wir heute schon Nee Eben gerade Ärgerlich So Ja Nein Doch Das ist vollkommen in Ordnung Das ist vollkommen in Ordnung Seth Wen spielt er? Seth Everman oder? Ist das gerade Feuerwerk gewesen? Ach weil ich die Kiste dabei hab oder? Vermutlich Ja Oh no Doch doch Aber sieht er das? Nein Nur ein Effekt für dich Cool Mann Arschloch Hä Warum hast du jetzt aufgehört? Also ich hätte diese Woche Das war jetzt der zehnte Spruch Ja aber es war Ich hab die Fähigkeit ja nochmal gemacht Das deckt sich Nee so schnell kannst du die nicht hintereinander machen Äh doch Also die war abgelaufen Neu aufgeladen Aber Kalle Ja aber ich bin doch noch in der Ja ja Achso So Genrush Ja gut dann hab ich jetzt eigentlich schon verloren glaube ich Na klar Nee Quatsch Na doch Zweiter Hit kann nie down mit der Fähigkeit Ja aber ich dachte nachdem sie abgelaufen sind Und man es nochmal macht Dann geht das Nee das kommt auf den Status der Survivor an Ja ich merk's Dann geht das auch schon wieder Und dann geht es schon Bin jetzt beim dritten angelacht Und Normal Wieder normal Faktor wieder drinnen Faktor wieder drinnen Ja klar Einall Diese ganze Konversation ist einfach nur die blanke Körperbeherrschung Ja wusstest du dass der Grundschullehrer ist? Ne Ne Siehste Ja wie die Insights Oh Mann ey Hast du jedenfalls auch Sterzek da oben gesehen? Der ist hin Der ist hin Hanno Hanno Hör ihn Fuck Ich hab mich voll angemalt Er spürt dich Wusstest du dass ich da bin oder? Jo Jo Krasse Scheibe Vergesst nicht euch zu heilen Warum wusste Hanno das jetzt? Wie benutze ich Diversion? Wer quengelt denn hier? Ähm Man muss an einem Schrank vorbei gehen und leert was zu drücken glaube ich Ne äh das mit dem Schrank vorbei Hä? Warum ich? Ja meine Fähigkeit war abgelaufen Hör dich auf wenn der wenn du Terror Radius des Killers bist aber nicht gejagt wirst glaube ich Oh nein Nicht mich Hanno ich nehm doch für YouTube auf Nein Wie du nimmst auf du hast uns nicht Bescheid gesagt Ja ich will doch YouTube Star werden Aua Hängen geblieben Jo 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 Ja also einmal muss sie noch hängen Jo Jo leid. Du warst jetzt der Letzte im Bunde. Das stimmt ja gar nicht. Ich häng das schon zum zweiten Neugleich. Oh, direkt beim Haken. Alle? Noch niemand hing? Ja, weil die halt, die, das sind deine Mates, die hier problematisch sind. Ich dislike dein Video. Ich dislike dein Video. Ja, musst du wissen, ob du dislike mehr willst oder nicht. So. Okay. Ja, dann hängen wir jetzt hier. Hallo? Ich kann nicht, ich kann nicht. Du bist broken. Ja. I'm broken. I'm broken. Blut war vor dem Schrank. Eieiei. Blut vor dem Schrank. Scheiße, da war er. Blut ist der direkten Haken, Mensch. Ich glaube, wir müssen ihm hinterherrennen. Er wird nicht stehen bleiben. Oh, ich sehe noch hier was. So, holt jemand Störe Sie? Ja. Ich bin underway. Jetzt wird gesprintet. Ja, okay. Der laufende Sanikasten hier. Finger weg. Nein, 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 nein. Ach, komm an, Alter. Du scheißt Tunner. Was heißt das? Wo seid ihr? Ich finde das nicht gut, dass du mich jetzt als erstes hier snackst. Ja, dann musst du mich auch machen. Nee, du... Also... Ich renne noch ne kleine Runde. Scheiße, guck mal nach rechts, Papa, warum machst du das, Papa? Oh, das ist extrem nicht gut. Typische Killer-Geräusche. Hä? Nee, den Chinesen nicht mal. So. Achso, wir können uns... Jaja. Im Frühtau zu Berge, er hängt jetzt Hallera. Hallera. Oh, das ist problematisch für dich. Fertig. Dinge passieren. Dinge passieren. Okay. Es läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen, Freunde. Nee, aber das war ein schöner Versuch, war ein scherziger. Ich muss erst mal, ich muss erst mal mehr rumfummeln. Alter, wieder mehr ins Ohr stöhnen, das ist so geil. Alter. Scheiße, das war knapp. Scherzig auch. Also ich finde es nicht gut, dass ihr da am Generator seid. Bin ich nicht. Doch, seid's nicht flunkern. Bin ich nicht. Schwere. Guck mein Video. Dann war es ja der kleine Seppi. Der kleine Sufi. Oh shit, Digga. Nicht den linken Finger. Nicht den linken Finger. Frech nicht den 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 Finger. Frech nicht. Frech nicht. Frech nicht. Frech nicht, Alter. Wenn du nicht schnell seid, dann kriegt er mich vielleicht noch bevor ich auch zwei kriege. Ich kann nicht. Ich runne. Ah, es wird knapp. Ich runne in my life. Also Sepp, wenn ich dich jetzt hitte mit der Fähigkeit, bist du auch nicht down, ne? Ne. Kannst du mit der Fähigkeit nicht down. Ja, okay. Dann macht das ja jetzt zum Beispiel gar keinen Sinn, ne? Wenn ich das jetzt machen würde. Okay. Ah, nice. Ah, mh. Alle drei zusammen. Alle drei tanzt das Boot. Er ist sehr weit weg. Wo weißt du das? Weil ich nen Fuck dafür hab. Alert, oder was? Ja, ja. Wenn er was kaputt macht, dann seh ich das, Digga. Mhm. Der fliegt. Das seh ich. Und ich auch. Danke, Kalle. Wollen wir hier den Jen machen? Hier sind drei Plätze, Digga. So. Sepp, du musst jetzt aufgehangen werden, wie so ein alter Hering, Digga. So Senf. So Senf. So Senf. Schön, dass du dabei bist. Beim Gulasch. Beim Gulasch. Ich hab nur ne Weile. Wenn ihr Jen's erst fertig machen könnt, macht das lieber. Gut. Oh, pass auf, der hat ne Knarre. Ich hab ne Knarre, du. Hat der Safe nicht, oder? Moin. Moin, Joe. Moin, Buongiorno. Frag ich mich wirklich, warum er das macht? Moin. Also, ich muss sagen, manchmal versteh ich das Spiel halt null. Was du dann immer siehst, wo wir sind? Äh, wie gesagt, bei der Fähigkeit, wenn ich einen hitte, dann krieg ich wirklich einen Wallhack. Ach so. Also, ist kein Scheiß. War kein Scherz. Geht's self-mending auch schneller, wenn du es machst? Naja, dann sind zwei Survivor gefunden in der Action. Kannst du mich irgendwie aufschlüpfen oder so? Ach ja, du nimmst ja auf. Sorry. Alles gut. Äh, hierbei stört sich noch irgendwo. Spiel ja auch gar nicht so gut. Und der nächste Kommentar, der blöde Turner Henlo. Ja, also, es wird halt einfach gedisliked. Nee, also, es sind ja auch noch drei Generatoren, wir haben Zeit, Digga. Ich kann dir sagen, wo alle sind. Die das nämlich. Das wär nice. Ja, die sind alle da hinten. Da hinten. Perfekt. Da drücken sie mich. Ja, ich sehe sie selber. Ja, ja klar. Bin fast, äh, vollkommen re-dingsbums. Ja, muss man jetzt aber ganz ehrlich sagen, Max, Props gehen raus an dich, dass du diesmal nicht getunnelt hast. Ja, danke, Digga. Jo. Wird geliked. So. Wie wir einfach kurz rumstanden und nichts gemacht haben. Jo. Ihr seid also auf einem Haufen. Das machen wir hier, Alter. Das sah so weird aus. So. Hier ist ein Haken, Digga. Ja. Nee. Doch, doch. Die sind gleich alle zweimal auf dem Haken gewesen. Das wird richtig knapp. Das war der Hammer. Okay, Heno, jetzt darfst du mich auch töten. Du wärst du bei Muruk, äh, seinen Mutter? Ja klar, bei Muruk, seine Mutter. Weißt du, was Muruk heißt? Äh, nee. Esel. Ja, gut. Du dummer Esel, wusstest du nicht, ne? Ah, du, 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 du! Das du halt wirklich auch direkt auf mich zukommst. Ist der der Hammer? Ist der der Hammer? Komm, lass dich noch Sef runterholen und dann kannst du mich abschicken. Du hast gesagt, bei Muruks Eselmutter, äh, ist das jetzt okay? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Esel heißt. Kann auch was anderes heißen. Gut, dann weiß ich's mal wieder. Was heißt Muruk? Schreib's in die Comments. Hallo? Hallo? Amin. Guten Tag. Kann man da auf die andere Seite kommen? Ach, da oben. Alter! Alter! Na, kalle Mensch. Ah! Das ist ja ein Zufall. Sef, bleib stehen. Sei mein Schild! Sei mein Schild! Ich nehm auf! Ah, das ist ein Ehrenbruder! Geht aber rein und abonniert da, Freunde. Lauf. Erfüll dein Schicksal. Aber können wir es noch schaffen überhaupt oder sind wir zu blöd? Sag meinen Enkeln. Erzähl den Enkeln von meiner hellen Tat. Du sagst Geist mir, du bist tot. Ich mich einfach zwischen dich und das Messer warf. Hallo? Na klar, Stepp, machen wir. Ja, sehr gut. Jetzt kommt er wieder auf mich, ne? Hallo, nein. Ah, sterzig Mensch. Alter, Geselle. Hebe die Beine und spute die Schnelle. Jetzt hör doch mal auf. So. Hast du das gesehen, du Arsch? Ja, perfekt. Du Arsch? Du Arsch. Geburt. Lauf, sterzig. Lauf. Schätzig, vergiss nicht, du musst dich heilen, ne? Ja, ich weiß. Genau, sterzig. Ich weiß. Schlitz. So, ich kann euch jetzt nochmal heilen, wenn ihr wollt. Ne, kein Ding, Digi. Papa, wo bist du? Kein Ding, Digi. Woanders. Nice. Oh, haut rein, Leute. Wir sehen uns in der Hölle. Ach, du bist auch tot. Oh, no. Wo ist denn die Klappe? Weiß ich nicht. Äh, in deiner Fresse. Ja, ist das jetzt... Der hat sich jetzt weggepufft. Mach das nicht. Aufnehmen habe ich die schlechteste Runde der Woche. Mach das nicht. Das ist laut. Wieso schlechteste Runde der Woche ist doch eine gute Runde für mich. Ich sagte, ich habe die schlechteste Runde. Aber das ist laut. Nein. Ich such theoretisch schon... Oh, Gewitter. Wo? In Noice. Hinter. Hinter nicht. Schon jemand die Klappe gefunden? Jetzt. Die spawnt doch schon, oder? Bei zwei... Wenn noch zwei Leute drin sind. Und zwei Jams. Ja, die ist jetzt gespawnt irgendwo. Ich schlage vor, du lässt dich töten. Nee, warte mal. Apo, du lässt dich töten. Und, ähm, ich gehe in die Luke. Deal or no deal? Auf gar keinen Fall. Hast du die Luke schon gefunden, oder was? Äh, nee. Deal oder was? Du stirbst, ich überlebe. Deal oder kein Deal? Deal or no deal? Deal oder... Da hat immer so ein Telefon geklingelt. Und dann hat da einer angerufen und hat gesagt, Jo, bietet zwei Euro für diesen Koffer. Das war eine geile Show. Ja. Oder? Nee, war es nicht. Eigentlich war es noch richtig... Also, ich sag mal so. Wenn ich jetzt einen Schlüssel finde, habe ich nicht. Guter Schlüssel. Der ist da drin. Der ist da drin. Du hast nicht reingeguckt. Der ist in der Box. Smart. Ja, mache ich jetzt hier noch so einen Gen? Oder hoffe ich, dass Papu stirbt? Das ist jetzt eine Frage, ne? Die Frage ist, ich laufe jetzt in deine Richtung, damit er dich findet. Ah, danke, Christo. Ich weiß ja nicht, wo er ist, aber jetzt hast du Warleg. Ah ja, perfekt. Hier lang. Aschige. Scheiße. Kala Kolunda. Ach, du nervst. Im Schrank. Du nervst mich. Du nervst mich wirklich. Scheiß, Hanno. Wirklich. Kalle, ich habe da was ganz Gutes mir überlegt. Wie war das hier beendet? Ja, ja, gut. Oh no. Oh, ich bin ausgewiesen. Daneben, Digga. Oh. Iiii, in den Armen. Iiii, Alter. Lass mich. Auii. Mein Fuhr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auii. Alter, Wolle. Scheiße, Bruder. Alter. Alter. Aber in mehreren Etappen, weißt du, wie ich meine? Also, das ist schon krass. So, Papa, wo ist die Luke? Hast du? Also, das ist schon krass. So. Soll ich ihn verraten? Kannst du mir zugucken? Nee, ne? Nee, leider nicht. Das ist eigentlich auch übel zu würdig. Hm. Totea! Hm. Was hat er gesagt? Oh, Papa. Hörst du das? Nee, ja, ich hör das. Das ist auch krasser Perk. Na gut. Ah, er hat zugemacht. Oh Mann, das geht doch überhaupt nicht da, Max. Mach mal nicht diese. Was ein Arsch. Wirklich gemein. So, Papu. Thomas. Da steht Thomas auf dem Rücken. Ich hab leider nicht gesehen, wo die, wo die, wo die Dings sind. Thomas. Weil das Mac Thomas ist. Äh, hier rechts. Ja. Und der andere ist noch weiter rechts. Mac Thomas von der Sneak Elite. Ah, da hinten noch Kerle rum. Latsch nicht auf den drauf. Voll über mich rüber gesteppt. Dass man diese Luke zumachen kann, finde ich auch ein bisschen unfair am Ende des Tages. Das ist crazy, oder? Naja, im Endeffekt hat der Killer ja dann eh gewonnen. Ja eben, genau. Aber das ist ja nicht gut. Wo ist denn der Henno? Ah. Wo kommt der noch? Ach. Wie stehen beide sind, ne? Ja, ja, ich suche. Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür. Ja, ja. Oh, ich glaube, er kommt. Vorsicht. Ihr braucht nicht blöffen. Max, warte. Fuck, ich bin da hinten. Wo? Ihr braucht nicht blöffen. Aber du bist gerade legit an ihm vorbeigelaufen. Ja, ein paar Mal, glaube ich, er hat sie versteckt. Du hast ihn auch gefühlt angeguckt. Ne, dann hätte ich ihn ja gesehen. Dein Charakter schon. Ist ja POV, ne? War die andere Tür nicht super weit weg? Warum bist du nicht mehr rüber gelaufen? Weil ich wusste, dass du da in der Nähe bist. Aber ich hab extra in die andere Richtung die Steine geworfen. Das war aber sehr nah und dann hab ich Kratzspuren gesehen. Ah, shish, gebab. Zweimal und dann auch Blut und ja. Ja, ja. Kann man nichts machen, ne? So, Freunde. Ja, also schaut gerne beim Sef vorbei, der diese Woche für Gnur eingesprungen ist. Ich bin nächste Woche nicht dabei. Das war mit Bahn am Start. Und die Folge von gestern auf Papus2-Kanal. Zwei Papus. Schaut da gerne vorbei. Ich freu mich. Hashtag Sülze auf Twitter. Und taggert schön ein paar Aufgaben für mich und meine Freunde hier in die Kommentare, ne? Tschüssi, Kowski. Bis zur nächsten Woche. Ciao. 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 Ciao.